Das ist Bob. Bob versucht seit einiger Zeit, sein Leben umzustellen. Gewicht reduzieren, gesunde Ernährung und mehr Zeit für die Familie. Das wäre sein Wunsch, Bob. Aber wie? Ein Wunder? Oder mit Hilfe eines KI-gestützten, lernenden Assistenzsystems, EGI. Bob entscheidet sich für Letzteres. Das System stützt sich auf drei Elemente. Erstens die Sensorik. Alltagstaugliche Mini-Messgeräte, die Verhaltensdaten von Bob sammeln. Zweitens ein lernendes System. Es wertet die Daten aus, entwirft verschiedene Handlungsoptionen, berechnet jeweils die Konsequenzen voraus und gleicht sie mit dem Wunsch, Bob ab. Und drittens eine Kommunikationseinheit, über die EGI mit Bob interagiert. Bob erhält die besten Handlungsoptionen und entscheidet. EGI merkt sich Bobs Vorlieben fürs nächste Mal. EGI lernt von Bob und Bob lernt von EGI Gesundheitskompetenz. Zu EGI gehört auch ein Netzwerk von Partnern, die von Bob lernen und ihn professionell beraten. EGI – Künstliche Intelligenz in einem lernenden System zur Steigerung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. EGI LIE Wohnzimmer EGI 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 Eisesti EGI 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 D рублей EGI Vielen Dank.